Boah, das ist so geil gebissen. Boom, boom, beim dritten Mal hing er dann. Ich liebe die Schwarzbarsche. Einfach, das ist die geilste Fischerei. Es ist einfach nur herrlich. Herzlich willkommen. Wir haben Top-Temperaturen. Es fühlt sich an wie Sommer, obwohl es schon Mitte Oktober ist. Aber wir hatten gestern 24 Grad, schätze ich mal. Es war wirklich sehr, sehr heiß. Und das wird es heute wieder werden. Ja, das Wetter kann man einfach genießen. Wir haben gestern schon ein bisschen gefischt. Heute werden wir mal alles geben, dass wir ein paar schöne Fische an der Oberfläche fangen. Boah, da, auf der anderen Seite raubt's. Fisch on. Ist ein guter, glaube ich. Es steckt voll im Graut. Ja, hab' man. Don't jump, don't jump. So müssen es ja ausschauen. Der hat so geil gebissen. Glaube ich mal. Ich hab's nur gehört. Es hat einfach Rums gemacht. Und die Rute war krumm. Das ist das Geile beim Schwarzbarschangel. Ein Kilo und 80 Gramm. Wunderschöner Bass am Morgen. Bye, bye, Baby. Eingewastet. Und los geht's. Eingewastet. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die lieben Uferbereiche, Ufer ist hier ein bisschen schwierig, weil es sehr, sehr flach ist und super klar und eigentlich keine Pflanzen direkt am Ufer stehen. Das heißt, eigentlich orientieren wir uns hier extrem viel an den Krautfeldern, die unter Wasser sind. Wow, dicker Fisch. Er ist immer noch dran. Jetzt hat er, ja man, dicker Fisch. Alter, da kam er auf einmal hoch. Komm, Internet. Yes. Huch, alter. Er ist wieder eineinhalb Kilo Fisch. Schätze ich mal. Boah, ist so geil gebissen. Boom, boom, beim dritten Mal hing er dann. Ach, ich liebe die Schwarzbarsche. Einfach, das ist die geilste Fischerei. Es ist einfach nur herrlich. Und mit so einem Fisch sind wir wieder gut dabei. 1,585 Kilo. Mega. Mega, mega, mega. Beautiful. Die haben dann auch so einen richtig Stirnnacken schon in der Größe. Also es sind wirklich richtig fette, massive Fische. Let's go. Hey ho. Fisch. Das ist ein richtig dicker Bärs. Alter, der geht nur nach unten. 1,2, äh, 1,3, 1,5 hat er schon. Hängt nicht gut. Ja. Oh. Der ist auch massiv. Es ist echt abartig. Nicht viel weiter gefischt. Und dann kommt gleich wieder so ein Kaliber bei raus. 1,8 Kilo. Brutal. Dieser geile Fisch, der mir echt einen Megadrill beschert hat. Ich habe auch gleich gemerkt, dass er dicker ist. Darf jetzt zurück. What a beauty. Geil. Fünfziger. Bye, bye. Wuhu. Was für die Aktion schon wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim nächsten Tag. Da werden wir ein bisschen Unterwasser angeln. Und werden mal checken, was da so abgeht. Machen wahrscheinlich am Vormittag Powerfishing. Das heißt mit Ködern, die relativ schnell laufen. Oder schnell geführt werden. Und suchen auch noch Spots ab. Und vielleicht werden wir am Nachmittag ein bisschen Dropshot angeln. Oder ein bisschen Wacky. Das werden wir dann feststellen. Es gibt viele Techniken auf dem Schwarzbarsch. Wir wollen sie alle mal durchprobieren. Ist nicht alles so riesen spaßig wie Topwater angeln. Aber um einfach zu wissen, okay, was läuft, was läuft nicht. Da müssen wir einfach ein bisschen gucken, was geht. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Wir sehen uns morgen. Peace out.